Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, dein Podcast für Skandinavien und das Hügelgefühl auf die Ohren. Mein Name ist Anna, ich bin 2022 nach Dänemark ausgewandert und wenn du Lust auf eine kleine Hügelauszeit hast, dann bist du hier genau richtig. Mach es dir also gern gemütlich und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist gesund und bist bereit, eine kleine Hügelpause einzulegen. Es passt ganz gut auch zum heutigen Thema. Bevor wir anfangen, möchte ich mich aber noch von Herzen bei dir bedanken für die ganzen lieben Nachrichten, die ganzen Bewertungen, super schön, dass du dir da die Zeit nimmst, um ein paar liebe Worte zu schreiben oder mir eine, ich weiß nicht, wie ist das bei Spotify, eine Fünf-Sterne-Bewertung zu geben. Es freut mich auf jeden Fall immer sehr, das zu sehen und macht mich sehr, sehr glücklich und genauso das Teilen in der Instagram-Story. Das ist so schön, dass ihr bei Instagram teilt, wobei ihr meinen Podcast hört. Ja, es freut mich immer, mega doll zu hören, also vielen Dank und mich hat auch eine Nachricht erreicht zum Thema, wo mein Podcast gehört wird. Das gebe ich ja immer ganz gerne hier wieder und zwar beim Inhalieren während einer Erkältung. Das ist eigentlich richtig, also voll der perfekte Moment für einen Podcast, weil man da ja eh still sitzen muss. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du dann mich währenddessen auf deinen Ohren hattest. Also sehr witzig, dass wir auf so viele verschiedene Dinge kommen. Ja, wie gesagt, egal was du gerade machst, ob du auch inhalierst, dann gute Besserung. Oder ob du dir was Leckeres kochst, gerade mit dem Hund oder Baby spazieren bist oder einfach gemütlich auf dem Sofa sitzt oder im Bett liegst mit einer Tasse Tee oder Kaffee. Mach es dir gemütlich, denn das Thema heute wird ja auch sehr gemütlich und entspannt. Nämlich, ich habe mir gedacht, ich spreche heute mal über skandinavische Entschleunigung und wie wir die in unser Leben holen können und integrieren können. Ich habe darüber auch einen Instagram-Beitrag gemacht und das Thema ist sehr aktuell bei mir, denn das kam mir auch so gestern Abend oder heute Morgen auch erst wieder in den Sinn, dass es bei mir, also das ist ja das, was ich an Skandinavien liebe. Diese Entschleunigung, dass hier die Uhren irgendwie ein bisschen langsamer ticken, dass man sich nicht so stresst, sondern das Leben einfach ein bisschen langsamer und gelassener angehen lässt. Das finde ich so schön und ist natürlich auch einer der Gründe, weshalb ich nach Skandinavien unbedingt ziehen wollte und weg vom stressigen Frankfurt, sage ich mal. Und ja, einfach so die kleinen Dinge mehr zu zelebrieren. Ich spreche auch gleich mal ein bisschen drüber, was ich unter Entschleunigung verstehe. Ich habe ja da meinen eigenen Begriff kreiert, slow mit diesem Öl, mit dem durchgestrichenen skandinavischen Öl. Das ist für mich das Wort, was skandinavische Entschleunigung zusammenfasst. Und tatsächlich bin ich jetzt darauf gekommen, weil ich diese Entschleunigung total verloren habe. Seit meiner Auswanderung, vielleicht auch ein bisschen so davor, wo seit der Entscheidung, dass ich auswandern werde, würde ich sagen, ist es mehr und mehr so ein bisschen verloren gegangen. Ich würde schon behaupten, dass ich gut da drin bin, auf mich zu achten und mich nicht komplett zu vergessen. Wobei ich das zeitweise auch gemacht habe. Und ja, man gerät irgendwie so schnell in diese Spirale und irgendwie ist das Erste, woran man spart, sein eigenes Wohlbefinden. Und will dann halt alles irgendwie nur schnell erledigt haben und denkt dann gar nicht mehr an sich. Es endet immer schlecht. Also, das ist eigentlich, eigentlich weiß ich es ja auch, aber ja, es ist nicht der richtige Weg, da dran zu sparen. Und das habe ich mir jetzt auch wieder in Erinnerungen gerufen. Und ich möchte heute ein bisschen mit dir quatschen, wie ich das jetzt wieder in mein Leben integriere. Also, ich bin hier auch nicht perfekt. Ich darf hier auch noch weiter lernen. Und ich finde sowieso, das ist nichts, was man einmal verstanden hat und dann immer drin hat. Sondern es ist so eine Sache, die man sich immer wieder bewusst machen darf. Dass man, ja, mal die Stopptaste drücken darf und eine kleine Pause einlegt. Was ich unter Pause verstehe, kann ich auch gleich noch näher drauf eingehen. Also, wo mir das nämlich zum Beispiel komplett gefehlt hat, obwohl die Vorstellung eigentlich so schön war, ist auf der Farm tatsächlich. Also, da hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass mein Kopf gerade so über Wasser ist und ich mit gar nichts mehr hinterher kam. Also, das war natürlich, ja, die neue Situation für mich, dass ich zwei Jobs parallel habe. Also, ich habe immer schon während meines Studiums auch gearbeitet, 20 Stunden die Woche. Aber das war halt verteilt auf zwei Tagen. Und da war ich ja dann als Au-Pair fünf Tage die Woche, immer von neun bis vier, schrägstrich neun bis fünf, je nachdem. Und nebenher hatte ich ja noch YouTube, den Podcast und, was mache ich denn noch? Instagram. Und eigentlich ist jedes von den einzelnen Betreffern schon gefühlt ein Job. Deswegen war das viel, viel zu viel. Und ich habe viel, viel zu spät erst die Reißleine gezogen und dementsprechend schlecht ging es mir dann auch. Also, November, Dezember ging es richtig bergab und irgendwie, ja, habe ich da mich komplett gehen lassen und alles gehen lassen. Und das war, ja, keine Ahnung, einfach viel zu viel. Ja, also rückblickend betrachtet hätte ich vielleicht mich auf einen Kanal fokussieren sollen, aber ist ja jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich während der Zeit auf der Farm, wo es ja eigentlich so nah liegen wäre, ein bisschen Entschleunigung reinzubringen, genau das Gegenteil gehabt. Ich war eigentlich immer nur dran versucht, die To-Dos abzuarbeiten und bin schon um 4.30 Uhr immer aufgestanden. Habe vor der Arbeit mit meinem Laptop was, die E-Mails versucht zu beantworten. Und danach dann, keine Ahnung, Video geschnitten oder aufgenommen und keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ziemlich voll alles. Und in gewisser Weise mag ich das auch viel zu tun zu haben. Also es geht gar nicht darum, nicht viel zu tun zu haben. Ich mag das schon sehr. Ich liebe das vor allem kreativ zu sein und mich, ja, da auszuleben. Also es ist so schön, an der Stelle nochmal, es ist so schön, in einem Job zu arbeiten oder Geld damit zu verdienen, mit einer Tätigkeit, die einen so erfüllt. Weil letztlich geht es immer darum, ja, es geht ja nicht ums Geld. Also Geld macht ja nicht glücklich, sondern die Tätigkeit an sich. Und das spüre ich auch gerade sehr. Also ich liebe das über die ätherischen Öle zum Beispiel, mich da weiterzubilden und natürlich auch Videos zu drehen und Podcasts aufzunehmen. Also mich erfüllt die Tätigkeit an sich schon sehr. Und deshalb mag ich das auch viel zu tun zu haben. Also ich finde, das macht einen ja auch glücklich, dass man was erschafft und das Gefühl hat, man macht was Sinnvolles, man bringt was in die Welt. Und trotzdem darf man aber diese Entschleunigung nicht vergessen. Also vor allem nicht, wenn man in Skandinavien lebt. Und das ist mir aber passiert, das passiert mir auch immer wieder. Vielleicht ist das auch ein Stück weit normal, wenn man sich gerade eine Selbstständigkeit aufbaut. Aber was auch immer gerade deine Situation ist, ob du auch irgendwie einen stressigen Job hast oder Kinder hast oder es gibt ja super viele verschiedene Arten Stress zu empfinden oder sich selbst zu vernachlässigen. Wie hat der Satz angefangen? Egal. Auf jeden Fall ist es einfach wichtig, dass man diese kleinen Momente in den Alltag integriert. So verstehe ich zumindest skandinavische Entschleunigung. Also diese kleinen Momente im Alltag. Nicht dein ganzes Leben umkrempeln und deinen ganzen Tag entschleunigt. Also nichts mehr tun quasi so. Gar keine To-dos mehr haben etc. Das ist glaube ich für mich nicht skandinavische Entschleunigung, Schrägstrich Entschleunigung. Sondern einfach, dass man sich so oft wie es geht bewusst macht, dass man gerade, also dass das Leben eben hier und jetzt passiert. Und nicht in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit, sondern jetzt dieser Moment. Also genau jetzt gerade. Und das übersieht man so schnell, weil man immer von einer Sache zur nächsten hältst und von dem zu du zu dem. Und dann muss ich das machen und dann mache ich das und dann mache ich das. Einfach mal kurz zu stoppen und kurz im Hier und Jetzt zu sein, weil das ist das Einzige, was du hast letztlich. Also dein Leben findet nur jetzt statt, ausschließlich. Und jetzt ist der Moment vorbei und jetzt ist der Moment vorbei und jetzt ist der Moment vorbei und er kommt nicht mehr zurück. Deswegen finde ich es super wertvoll oder habe ich jetzt wieder gemerkt, wie wertvoll das ist, hin und wieder mich aufs Hier und Jetzt auch zu fokussieren. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann und natürlich auch wie die SkandinavierInnen das so schaffen. Deshalb spreche ich da heute mal ein bisschen drüber. In meinem Beitrag heute Morgen bei Instagram habe ich zum Beispiel das Beispiel Kaffee trinken genommen. Also hier ja ganz bekannt unter Kaffeehügel wird hier auch super zelebriert. Also allein jetzt, wenn man sich mal anschaut, wie viel hier in den Cafés immer los ist und es so schön zu sehen, dass die Dänen in sich Zeit verhören und dann eben gemeinsam Kaffee trinken und das nicht einfach skippen, weil zu viel zu tun ist. Also dass jetzt die Zeit halt so genommen wird. Und ich meine damit auch gar nicht unbedingt, dass man sich jetzt nachmittags mit einem Kaffee in den Kaffee setzt, allein oder mit einer Freundin, sondern es muss auch jetzt nicht der ganze Kaffee lang Zeit sein. Also du sollst jetzt nicht eine halbe Stunde, kannst du, aber ich meine jetzt nicht damit, dass du eine halbe Stunde oder eine Stunde dich hinsetzt und so den Kaffee trinkst und nichts anderes machst. Ich meine damit, dass es schon reicht, wenn du dir einen Kaffee machst, dass du einfach mal kurz innehältst und den richtig rießt und den richtig schmeckst und halt, ja, den nicht nur achtlos runterkippst, sondern so habe ich es jetzt heute Morgen gemacht. Ich habe mich damit hingesetzt, das Fenster aufgemacht und ein bisschen die Geräusche wahrgenommen, was gerade so ist und den Himmel angeschaut und das waren jetzt zwei Minuten oder so, wenn überhaupt. Aber das hat mir schon wieder geholfen, so im Hier und Jetzt zu sein und so diese Stopp-Taste eben zu drücken und nicht mit dem Kaffee zunächst Meeting zu rennen, sondern einfach mal kurz stoppen und sich kurz bewusst machen, dass man im Hier und Jetzt ist. Was ich auch total schön finde, also ich finde, das geht auch so ein bisschen Hand in Hand alles mit Selbstliebe, weil letztlich bist du ja immer der wichtigste Mensch in deinem Leben und warum, also warum sollte man sich nicht so oft wie es geht was Gutes tun und das können auch so Kleinigkeiten sein, wie jetzt in meinem Fall zum Beispiel, ich gebe mir voll gerne ätherische Öle in den Kaffee. Und bei mir zum Beispiel jetzt Vanilleöl hatte ich heute Morgen, eben gerade hatte ich, na wie heißt es, Kurkuma, mag ich auch voll gerne, ich glaube das ist für viele zu stark, aber ich liebe das voll gerne. Oder eben Kardamom, das steht sowas von weit oben auf meiner To-Do-Liste, dass ich mir endlich Kardamomöl bestelle, es kann ja nicht sein, dass ich als Gandhi-Fan keinen Kardamom habe. Aber auf jeden Fall, ja, dass du dir halt, wenn du jetzt gerne Zimt-Kaffee trinkst oder so, da hatte ich ja auch schon Rezepte für mal oder was weiß ich, dass du dir das halt einfach gönnst und dir was Gutes tust. So, deswegen, also ich finde, eigentlich könnte man ätherische Öle da als komplett eigene Kategorie machen, weil die Öle, finde ich, für mich sind 100% ein Investment in mein eigenes Wohlbefinden und in, ja, für mich halt meine Selbstliebe. Deswegen, ja, es ist wieder so ein schönes Beispiel, dass man Job und Hobby oder Job und Leidenschaft vereinen kann, das ist, ja, mega schön. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, also dass du dir halt so mit so Kleinigkeiten was Gutes tust. Bin ich gerade, ob mir noch was anderes einfällt, aber vielleicht, dass du Bio-Obst und Gemüse kaufst, weil das ja auch so ein bisschen so ein Selbstliebausdruck ist, dass du hochwertige Sachen für dich verwendest, dass du dein Lieblingsparfüm jetzt verwendest, etc. Also, dass du das nicht immer aufschiebst und an dir selber sparst, weil ich finde, auch dazu neigt man schnell, dass man an sich selber am meisten spart, obwohl das doch total Schwachsinn ist, weil doch dein Körper so wichtig ist und dein Wohlbefinden mental und körperlich. Deswegen, genau. Was ich mir auch immer wieder denke zum Thema Entschleunigung und was ich, das habe ich wirklich sowas von verinnerlicht, da bin ich absolute Expertin drin, ist, spazieren gehen oder zu Fuß gehen, statt den Bus zu nehmen. Und das fällt mir schon seit Jahren immer wieder auf, dass ich da voll die Ausnahme bin und viel, viel lieber, also bevor ich in den Bus steige, da laufe ich lieber eine Stunde. Und das war jetzt vorgestern zum Beispiel, da habe ich mich mit einer Freundin getroffen und wir haben beim Jusk einen Balkonstuhl abgeholt, der dann letztendlich viel zu schwer war, weil wir ihn eigentlich mit dem Bus wieder zurückbringen. Aber das Päckchen war riesig und 34 Kilo schwer und das hat dann damit geendet, dass wir ein Taxi rufen mussten. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, von mir aus war das circa, also es waren vier Kilometer, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, Google Maps hat gesagt, 45, 50 Minuten. Und mein, also mich, also ich habe dann halt gesagt, geil, das ist für mich dann mein Spaziergang, da mache ich mir ein Hörbuch auf die Ohren, es war wunderschönes Wetter, hier ist so schönes Wetter. Ich weiß nicht, bei euch in Deutschland oder zumindest, was ich so mitbekomme von meiner Familie, jeden Tag immer nur grau, grau, grau und hier ist seit Wochen irgendwie immer nur Sonne und blauer Himmel. Total verrückt, dass das so verschieden ist. Auf jeden Fall, ja, habe ich mir 45 Minuten halt einfach Zeit genommen und bin da spazieren gegangen und habe mich ein bisschen weitergebildet mit einem Hörbuch und das ist so richtig meet, und ich liebe ja spazieren gehen, das ist für mich das Schönste überhaupt. Da bin ich richtig hier und jetzt, da bin ich richtig achtsam und das macht mich richtig glücklich. Ich liebe, liebe, liebe spazieren gehen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich weiß genau, dass die allermeisten oder super viele da den Bus genommen hätten. Also keine Ahnung, wie lange der Bus dann braucht, aber so. Und das habe ich richtig doll verinnert. Das muss natürlich nicht für jeden jetzt die Lösung sein, aber für mich ist das eine super Möglichkeit, ein bisschen Entschleunigung in meinen Alltag zu bringen. Einfach spazieren gehen. Vielleicht auch, also statt dem Bus nehmen oder so. Ich habe jetzt zum Beispiel auch integriert, das Fahrrad öfter zu nehmen. Da bin ich gerade noch am Üben, weil ich noch ein bisschen Muffe habe, mit dem Fahrrad im Stadtverkehr zu fahren. Aber wenn es eine Stadt gibt, wo man das gut machen kann, dann ja wohl Kopenhagen und der Übung macht den Meister. Ich bin jetzt neulich schon gefahren. Und das ist auch, also ich brauche eine Stunde, also laut Google Maps eine halbe Stunde, aber ich weiß nicht, was mit Google Maps nicht stimmt. Das haben auch schon jetzt alle meine Freunde gesagt. Zu Fuß weißt du eigentlich, du bist ein bisschen schneller. Aber mit dem Fahrrad, ich weiß nicht, ob der denkt, ich habe ein E-Bike oder was, aber da kann ich das Doppelte bei mir drauf rechnen. Ich bin aber auch eine gemütliche Fahrradfahrerin. Auf jeden Fall war das auch, da bin ich halt eine Stunde früher losgefahren, ja, anstatt halt eine Viertelstunde die Metro zu nehmen. Aber das hat mich richtig gut und ich war richtig glücklich und habe richtig viel von der Umgebung gesehen. Der Weg nach Kopenhagen ist auch richtig schön. Und dann bin ich am Wasser langgefahren in der Stadt. Und ja, also, und das ist halt für mich so was, die Zeit nehme ich mir. Also die ist fix drin. Kannst ja nebenher trotzdem dich irgendwie weiterbilden mit einem Podcast oder so. Das mache ich ganz gerne. Also, dass du die Zeit dann diesbezüglich noch nutzt. Aber auch da würde ich sagen, du musst es nicht unbedingt machen, weil genauso schön ist es einfach mal ohne Ablenkung spazieren zu gehen, weil dann bist du definitiv so richtig eben hier und jetzt. Also gestern habe ich das zum Beispiel gemacht, da wollte ich gar keine Kopfhörer drin haben. Da bin ich einfach so spazieren gegangen, also ohne irgendwelche Ablenkung. Ich habe mir ein paar Affirmationen vorgesagt, das mache ich richtig gerne. So eine Gehmeditation. Aber genau, dass das vielleicht auch eine Möglichkeit ist, dass du mal komplett ohne einfach spazieren gehst. Zu deinem Körper und körperlich und mental ist das eine gute Sache, finde ich. Ja, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist ein Hobby zu haben oder etwas, was dich glücklich macht, irgendeine Tätigkeit. Weil auch da, finde ich, spart man voll schnell dran. Ich wollte im September Stricken lernen und habe mir nicht eine einzige Sekunde dafür Zeit genommen, bis ich dann jetzt hier, also bis ich dann nicht mehr auf der Farm gearbeitet habe und nur noch hier. Nur noch, haha. Und dann halt hier war und jetzt, also, das Ding bei mir ist ja, dass Hobby und Beruf bei mir ja fast eigentlich Hand in Hand geht. Deswegen beantworte ich abends auch voll gerne noch Instagram-Nachrichten. Aber manchmal mag ich das auch richtig gerne einfach bewusst mal nicht zu machen und mir mein Strickzeug zu nehmen und an meiner Mütze weiter zu stricken. Ich habe jetzt schon drei Zentimeter, wie gesagt, ich habe bis zum Thema angefangen. Langsam komme ich voran. Nee, jetzt habe ich es auch raus tatsächlich. Und es macht voll viel Spaß. Und es ist halt auch wieder so ein Ausdruck von Selbstliebe, dass du dir einfach die Zeit nimmst, so für dich und für das, was dich glücklich macht. Weil, wie gesagt, du hast ja jeden Moment nur einmal. Und das macht ja niemanden glücklich, wenn du dir an deiner Zeit sparst. Also, am besten ist es vielleicht, wenn du einfach eine Festzeit für dein Hobby einplanst. Ist ja zum Stricken ein bisschen, naja, kann man auch sich vielleicht zum Strickabend treffen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sportlich irgendwie in einem Sportverein bist, dann ist es doch voll cool, wenn du so einen Abend in der Woche dahin gehst und das schon für seinen Planst und für dich was Gutes tust. Also nicht immer, ja, an dir selber sparen. Ich finde, das ist ein schöner Ansatz. Und, ja, ich wollte mal gucken, ob ich mir da vielleicht auch noch irgendwie ein Hobby suche. Oder, was für mich auch eine Idee wäre, einen Sprachkurs endlich mal zu besuchen. Ja, aber auf jeden Fall, was auch immer du für ein Hobby hast oder vielleicht Zeit einplanst. Oder ein Treffen mit Freundinnen, wenn du die wenig siehst. Wenn du vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, Mutter bist oder viel arbeitest. Dass du dann irgendwie auch mal Zeit einplanst, um mit deinen Freundinnen Zeit zu verbringen. Oder mit deinem Partner irgendwie. Wie, dass man halt so Zeiten einplant und festnimmt. Weil letztlich, glaube ich, geht es irgendwie nach hinten los, wenn man da dran spart. Langfristig gesehen. Was auch so eine Sache ist, da bin ich leider nicht perfekt drin. Aber ich weiß, dass es wichtig ist. Ist achtsam essen. Also ohne Ablenkung zu essen. Und da, oh, ich liebe das sehr, mich während des Essens berieseln zu lassen. Also ich fange zum Beispiel manchmal einen Film an, aber ich schaue dann auch nie länger als so Viertelstunden. Also ich bin niemand, der dann den ganzen Abend da festsitzt. Aber während des Essens gucke ich schon gerne so. Lass mich gerne berieseln. Außer beim Frühstück. Aber beim Mittagessen und Abendessen mag ich das sehr. Aber eigentlich ist es besser, wenn du einfach mal bei dir bist. Vielleicht zusammen mit deiner Familie oder in meinem Fall WG-Mitbewohnerin oder Partner isst. Also ohne elektrische Geräte. Das machen wir tatsächlich. Also wir machen das immer so, dass jeder für sich selber kocht. Aber wir essen dann zusammen. Und das ist eigentlich auch ganz schön und eine gute Möglichkeit, um so, ja, auch im Hier und Jetzt. Oder halt ein bisschen Entschleunigung. Und du musst ja auch nicht immer das Essen schnell, schnell, kurz was Ungesundes dir aufwärmen oder so. Sondern dir auch Zeit nehmen, das Essen allein zuzubereiten. Und auch hier wieder gute Lebensmittel zu verwenden. Und einfach ein bisschen langsamer das alles angehen. Das bewusst Langsamkeit reinbringen. So wie mit dem Spazierengehen. Bewusst. Ja, klar, dauert es länger. Aber dafür tust du dir selbst halt was Gutes. Und es muss doch nicht immer alles schnell, schnell sein. Sondern wir können doch auch einfach mal einen Gang zurückschalten. Das passiert doch nichts, wenn wir langsamer das alles angehen. Und so mehr im Hier und Jetzt sind. Gleiches kann man vielleicht auch übertragen auf Kleidung kaufen. Man muss ja nicht immer alles sofort haben. Sondern man kann sich doch auch die Zeit nehmen, um mal das auf die Liste zu schreiben. Und öfter mal auf Flohmärkte zu gehen oder Secondhand-Shopping zu machen, bis man es dann irgendwann findet. So, das muss ja nicht immer alles jetzt sofort haben. Ich weiß, dass es verlockend ist. Aber ich habe ganz viele Liste, ganz viele Sachen auf meiner Liste, die ich, sobald ich sie irgendwo sehe, Secondhand oder auf dem Flohmarkt dann erst kaufe. Also, natürlich auch hier nicht ganz oder gar nicht. Und niemand ist perfekt. Also man muss da jetzt auch nicht komplett strikt sein. Aber so grundsätzlich finde ich das ein schöner Ansatz. Also warum sollten wir durchs Leben rennen, wenn das Leben doch im Hier und Jetzt stattfindet? Warum nicht den Gang runterschalten? Bewusstes Hier und Jetzt genießen. Das können auch kleine Momente sein. Also kurz aus dem Fenster schauen zum Beispiel, wenn du auf der Arbeit bist. Und kurz mal gucken, was draußen so passiert. Also versuchen wahrzunehmen, okay, die Vögel zwitschern, es ist ein bisschen windig, die Sonne scheint, dass man sich halt Zeit nimmt. Das ist für mich Entschleunigung. Und ich werde jetzt wieder aktiv daran arbeiten, mehr von diesen kleinen Momenten in meinen Alltag zu integrieren. Und vor allem nicht ständig diese Zwischenzeiten mit dem Handy zu füllen. Weil das ist, glaube ich, auch voll das Problem jetzt von unserer Zeit, dass wir immer sofort zum Handy greifen, wenn wir nichts zu tun haben. So zwischendrin mal. Und manchmal wird daraus auch eine längere Zeit, dass man das ein bisschen mehr unterbindet. Und ja, wieder mehr im Hier und Jetzt. Das ist ein bisschen langsamer. Alles angehen lässt. Das Leben läuft uns ja nicht weg. Das Leben findet immer im Hier und Jetzt statt. Und ja, vielleicht war das jetzt auch so ein kleiner Reminder an dich. Vielleicht hast du auch ein bisschen Entschleunigung verloren. Dann können wir uns die jetzt zusammen zurückholen. Und ich freue mich immer über den Austausch mit dir und Nachrichten. Du kannst mir auch gerne schreiben, wie du Entschleunigung in dein Leben bringst. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich schicke dir ganz liebe Grüße. Ich hoffe, dir geht's gut. Und dann sehen wir uns, wenn du möchtest, bei der nächsten Folge wieder. Bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.